So, jetzt bin ich doch mal gespannt, wie das Teil hier wirklich sägt. So, dann schauen wir mal, wie das Ding sägt, wie ihr seht, ist keine schlechte Geschichte. Ich glaube, das könnte auch ganz gut helfen als Verteidigungswaffe. So, dann schauen wir mal, wie das Ding sägt. So, dann schauen wir mal, wie das Ding sägt.